Und hier kommt ein weiteres Verkaufspferd vom Bockholzhof und zwar ist das die Stute Mauna di Frostoro aus Gessau. Eine Viergangsstute mit sehr viel leicht zu reitendem natürlichen Töll, etwa 1,47 Meter groß und sieben Jahre jung. Diese Stute besticht nicht nur durch ihre Optik, denn das wunderschöne Pferd kann auch wirklich gut die Beine bewegen. Sie ist locker im Körper, ganz entspannter Typ, dabei wirklich große, hochweite Bewegungen in allen Gängen. Ein Pferd, was dem Menschen sehr zugewandt ist, extrem freundlich und unkompliziert. Ich kann sie mir sehr gut als Luxusreitpferd und natürlich auch als Sport- und Zuchtpferd vorstellen. Diese Stute ist ein Pferd, was wenig Kraft des Reiters braucht, denn sie ist sehr leicht rittig, sei es am Bein oder auch in der Hand. Ich kann sie mir weiterhin gut deswegen, nämlich gut als Jugend- oder Kindersportpferd vorstellen, weil sie einfach mega Spaß macht, total leicht rittig ist und einfach nur ein positives und freundliches Pferd ist, was sehr gute Möglichkeiten hat, sich zu bewegen. Und dann ist sie erst sieben Jahre alt, das heißt, sie steht eigentlich am Anfang ihrer Karriere. Da ist noch Luft nach oben bei diesem Pferd und sie hat sicherlich eine gute Zukunft vor sich. Wenn euch die Mauna das gefällt, dann schaut gerne das Video bis zu Ende. Fünfeinhalb Minuten geht es insgesamt. Und wenn ihr dann mit uns wegen ihr in Kontakt treten möchtet, dann findet ihr gleich die Daten oben rechts im Bild. Ja, und jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen von der wunderschönen Mauna Diss. Und jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen von der Wunderschönen Mauna Diss. Und jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen von der Wunderschönen Mauna Diss. Und jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen von der Wunderschönen Mauna Diss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017